Das andere ist übrigens, was ich gesehen habe, ich habe gehört, und das habe ich sehr wohl wahrgenommen, dass hier einige Damen dazwischen doch bei der Darbietung gelacht haben. Ich habe das Gefühl, da konnten die an diesen Emotionen, die sogar gekommen sind, nicht richtig umgehen. Ich habe aber auch Tränen. Ja, ja. Ich habe keine Tränen mehr. Und nun bitte ich um euch um einen Applaus für John. Ja, ich möchte euch spielen, auch in den Seins. Ja, ich möchte euch um einen Applaus für John. Ja, ich möchte euch um einen Applaus für John. Ja, ich möchte euch um einen Applaus für John. Ja, ich möchte euch um einen Applaus für John. Ja, ich möchte euch um einen Applaus für John. Ja, ich möchte euch um einen Applaus für John. Vielen Dank.